LOL? LOL? Ich hab gerade noch halbe Map gesagt, der fliegt jetzt durch die ganze Map, Alter. Was? Aller Achtung, Freunde, wenn man lacht, hat man verloren. Ihr habt richtig gehört. Leute, wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge in Fortnite. Benutzt gerne meinen Creator Code Brox, wenn ihr lachen müsst, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr heute lachen müsst. Und ich würde mal sagen, ab geht's mit der Challenge. Check gerne nochmal Partner Instant Gaming aus, Leute, für günstige Keys. Alles mögliche, Leute. Und ich würde mal sagen, ab geht's mit der Nicht-Lachen-Challenge. Okay, Alter, der schießt sich hier mit dieser Kanonkugel erstmal los. Schauen wir mal. Okay, tritt das Loch. Allein diese Clip-Einbindung, Alter. Dass er auch den trifft, ne? Oh. Er hat verloren bei Schnick-Sack-Schluck. Oder steht er einfach hier? Doof gelaufen, Alter. Springt er einfach in die Falle. Alter, der Glück gehabt mit der Rakete, ne? Oh mein Gott. Lol, was ein Noob. Rodriguez, Alter. Der weiß gar nicht, was er macht. Rodriguez. Ja, hat er gewonnen. Ja, moin, Alter. Und er verlässt das Spiel einfach. Er verlässt das Spiel. Okay, irgendwie hat sich da so ein Haus gebaut an der Seite. Lol. Okay. Huh? Okay, John Wick und John Wick. Schreibt mal gerne rein in die Kommentare, ob ihr euch den John Wick-Skin holt. Ich finde den mega, Alter. Wie gesagt, wenn ihr euch den holt, benutzt gerne meinen Creator Code Brocks. Ihr wisst Bescheid. Was macht der John Wick da? So ein Idiot. Knall ihn doch einfach ab. Ich hätte ihn schon längst abgeknallt. Oder er hat mich nicht so davor gestellt. Okay, spannend. Endgame. Na gut, es sind noch sieben Leute am Start. Oh. 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 Alter, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das euch auch schon mal passiert ist. Als da Kontrolle einfach ausgeht. Nein. Oh mein Gott. Wie belastend. Hey, you need's. Okay. Ich bin kein schadensrober Mensch, deswegen... Yo, you can fall in the middle now. Lol. Der ist durch das Avengers-Shield einfach gefallen. Bro, I fell in the middle. Der hat irgendwie einen super Slurp getrunken oder so. Der hat ja mal gar kein Leben verloren. Lol. Hula-Hoop-Reifen oder was? Oh. Lockt er in die Falle. Der wollte schon... Alter, er wollte schon das Spiel verlassen, ne? Und dann rennt er einfach in die Falle von ihm. Mann, 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 Mann. Oh. Lol. Lol. Der ist einfach unter der Map? Äh. Lol. Der hat sich... Alter. Okay, krass. Und der ist auch richtig am Start, der Typ. Und der ist auch richtig am Start, der Typ. Was? Mann, was ist denn, wenn du lobst? Äh. Okay. Schießt er die Kiste ab jetzt gleich, oder was? Ah, nee, der... Der kommt nicht an die Kiste. Nein. Der kommt nicht an die... Oh, nicht lachen. Nicht lachen. Dürfen wir nicht. Der kommt einfach nicht an die Kiste. Ja, der hat sich auch den Schuss verdient. Kommt der nicht an die Kiste? Ich glaub's ja nicht. Lol. Rodriguez hier in der Tee-Pose. Nee, das ist gar nicht Rodriguez. Nein, Mann, warum würdest du das tun? Go! Verrat. Hochverrat. Hochverrat, Alter. Ja, die fliegen jetzt so durch die halbe Map. Ich hab gerade noch halbe Map gesagt. Der fliegt jetzt durch die ganze Map, Alter. Was? Lol. In diesem ganzen neuen Game-Muster kommen so viele Glitches rein. Nicht mehr normal, Alter. Oh, belassen. Uh. Tja. Pech gehabt, ne? Was macht der jetzt? Oh. Oh. Er sprengt sich selber in die Luft. Wie dumm kann man denn sein? Oh, spannend. Was passiert? Bartmann. Der Bartmann. Gegen Erdbeerfrau. Wer gewinnt? Bartmann oder Erdbeerfrau? Sehen Sie es jetzt in der nächsten Episode von... Oh, nein. Halt. Ja. Oh. Sie lädt noch nach. Tja. Was war das denn, Alter? Das war ja mal ein richtiger Action-Film, Alter. Oh mein Gott. Was macht der jetzt? Der wirft ein paar Pö... Wie geht das? Wie geht das denn? Freunde. Wie geht... Wie geht das denn? Wie kann man denn selber sich anpömpeln? Okay, da fliegt der halt mit der Kanonkugel weiter. Was kann hier bloß passieren? Alter, es treffen sich zwei Leute in der Mitte, ne? Das kannst du mir nicht erzählen, Leute. Kannst du mir nicht erzählen. Tales, natürlich. Reddackard, eh wisst du Bescheid. Wie auch eben schon. Lol. Uh. Lol. Wie belastend, Alter. Hä? Wie das aussieht, als würde er sich richtig freuen. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein Gott. Richtig Sturzflug hier, Alter. Da haben wir noch Flugzeuge-Importer drin. Die sind in der Falle gelaufen. Ich glaube, die waren zu viert. Oh mein Gott. Nein. 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 Nein, du Idiot. Du Idiot, Alter. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er guckt ihn jetzt auch noch an. Er lacht ihm schon voll aus. Was macht der denn jetzt? Nein. Was ein Play. Oh mein Gott. Niemals. Oh, was passiert jetzt? Oh, Falle. Tod. Alter, was war das gerade für eine Aktion, Alter? Holy Moly. Uh. Der hat ihn natürlich ordentlich weggebummst. Bananen. Bananen haben wir am Start. Hätte man nicht auf die Bananen schießen sollen, ne? Noll. Alles klar. Okay. Allein wie er da rauskam, ey. Aus diesem Dingens. Aus der Kanone. Es ist jetzt gerade ein bisschen schwer, nicht zu lachen, ne? Okay, jetzt ist es gerade easy. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat doch voll auf ihn gezielt. Oh, lauf schnell weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so mein Glück, ne? Könnte so mein Glück sein. Oh. Alter. Oh, der Clip ist immer richtig alt. Wie es aussieht, wie es aussieht, Zombie-Armee. Ja. Hä? Oh oh. 35 AP. Oh oh. Oh Digi. Schnell, lauf weg. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. So, er denkt sich mal ein bisschen Zielen üben, oder was? Rest in Peace Pump Shotgun übrigens, lol. Der wäre wahrscheinlich auch runtergefallen. Also hat er eigentlich einen Gefallen getan damit. Ich bin da nicht. Mach der. Lol. Oh mein Gott. Was passiert denn da jetzt? Ey, was ist das denn? Hey. Nein. Ich werde so ausrasten. Ich würde so ausrasten. Oh nein. Oh mein Gott. Das kommt doch wieder runter. Die kommt doch wieder runter. Die kann man so blöd sein. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ey, aber komm, das war nicht Online-Modus. Das war in hier Kreativ-Modus. Oder Spielwiese. Los, hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Was machst du denn? Ja, hol ihn. Fresh. Oh mein Gott. Alter, der nimmt ihn richtig auseinander. Der nimmt seine Ehre aus der Hosentasche einfach so heraus. Darüber lacht man nicht, Leute. Wer hier gelacht hat, ne? Oh mein Gott. Sieben Jahre schlechtes Glück. Freunde, seid ehrlich. Wenn ihr gelacht habt, dann müsst ihr unbedingt den Creator Code Boxer werden. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, Leute, lasst gerne ein Like da. Abo. Ihr wisst Bescheid. War auf jeden Fall eine ganz lustige Episode. Ich musste einstmal mal wirklich mich zusammenreißen und nicht lachen. Ich glaube, ich habe sogar einmal gelacht. Könnte auf jeden Fall sein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns nächste Woche mal öfter wieder. Ich habe ja momentan ein bisschen wenig Videos aufgeladen. Und deswegen kommt bald wieder mehr. Keine Sorge, Leute. Nächste Woche geht es richtig los mit Bam Bam. Auch wieder mal ein bisschen GTA ballern. Ihr wisst Bescheid, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.